Die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium Von Karl Ferdinand Wilhelm Walter Die 32. Abendvorlesung trägt den Titel Die sichtbare und unsichtbare Kirche Als, meine teuren Freunde, der Rationalismus im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts wie eine Sturmflut hereinbrach in die sogenannte protestantische Kirche Und als nun derselbe als ein neues, großes Licht von den Kathedern der Universitäten den jungen Theologen verkündigt wurde Und als hierauf derselbe dem armen Volke als das wahre Christentum als das gereinigte Christentum gepredigt wurde Und als er auf diese Weise nach und nach zur völligen Herrschaft kam da konnte es nicht anders sein, als dass das Bewusstsein Es ist nicht gleichgültig, ein Lutheraner oder ein Katholik zu sein sich gänzlich verlor Die wenigen rechtschaffenden Christen, die übrig geblieben waren die da glaubten und mit ihrem Munde auch bekannten dass die Heilige Schrift Gottes Wort sei dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes sei und dass man allein durch den Glauben an ihn vor Gott gerecht und selig werde Diese wenigen reichten sich nun brüderlich die Hand wie etwa Gerettete aus einem großen Schiffbruch während die meisten anderen in den Fluten versunken sind sich mit Freuden Tränen umarmten obgleich sie vorher einander fremd waren Bei einem solchen Zustande war es denn nicht anders möglich als dass in den Herzen der allgemeine Gedanke aufstieg Es sei jetzt die Stunde gekommen in welcher man dem gräulichen Hader wie man es nannte nämlich den Leerstreitigkeiten zwischen den einzelnen Kirchen ein Ende machen müsste Die Zeit sei nun gekommen dass alle Schranken zwischen den Kirchen fallen müssten dass man die besonderen Bekenntnisse als Schlagbäume die ja nur das Gute hinderten hinwegräumen müsse Kurz dass man nun endlich eine große allgemeine Union oder wenigstens eine Vereinigung der protestantischen Kirchen einrichtete Doch was ist geschehen? Schon im Jahre 1817 als man diesen Plan ausführen wollte schrieb Klaus Harms in welchem noch einige Tropfen von lutherischem Blut geblieben waren 95 Thesen welche ein Seitenstück sein sollten zu den 95 Thesen Luthers Sie sollten Thesen sein gegen den Rationalismus und gegen die Union und sagte in denselben Ihr wollt die lutherische Kirche als eine arme Magd durch eine Kopulation reich machen vollzieht den Akt nicht über Luthers Gebeinen es wird lebendig werden darin und dann wehe euch Ein herrliches Wort und es traf ein Als man in Preußen die Union wirklich vollzog da erwachten plötzlich ganze Scharen von Lutheranern aus ihrem Schlaf besannen sich wieder auf die Kirche zu der sie doch eigentlich gehörten und erklärten nun sie würden nimmer die Kirche ihrer Väter verlassen Sie ließen sich auch in der Tat lieber ausweisen lieber einkerkern lieber aus dem Land vertreiben als dass sie hätten sollen eingehen auf eine Union der Wahrheit mit dem Irrtum des Wortes Gottes mit Menschenwort und der wahren Kirche mit einer falschen Kirche Oh, das waren glorreiche Tage in der Mitternachtszeit der Mitte dieses Jahrhunderts Leider aber ist aus diesem wirklich herrlichen Kampf in jener schrecklichen Zeit die alte, reine, wahre lutherische Kirche nicht wieder hervorgegangen Warum? Jene Männer welche halten wollten was sie hatten damit niemand ihre Krone nehme hatten selbst keine klare reine Erkenntnis und so geschah es denn dass sie von einem Extrem in das andere fielen nämlich vom Rationalismus und religiösen und kirchlichen Indifferentismus in einem Partikularismus und antilutherischen Hierarchismus diejenigen nämlich welche seit jener Zeit vor anderen entschiedene Gegner der Union sein wollten und ebenso entschiedene Lutheraner suchten das damit zu bestätigen dass sie behaupteten die wahre sichtbare lutherische Kirche sei die Kirche des dritten Artikels wenn es in demselben heißt ich glaube an eine heilige christliche Kirche die Gemeine der Heiligen die lutherische Kirche sei die Kirche Kat Exochem die Kirche im höchsten und eigentlichen Sinn des Wortes sie sei die Ekklesia Extra Kuam Nulla Salus sie sei die Kirche außer welcher ein Mensch nicht selig werden könne nur etwa mit dieser Einschränkung es sei denn dass der liebe Gott auch außerhalb dieser Kirche einen Menschen auf eine wunderbare und ganz außerordentliche Weise rettete und zum ewigen Leben bringe das war aber ein trauriger schwerwiegender Irrtum der schnurstracks dem Lebenwort Gottes widerspricht und nicht nur dies sondern auch die Kardinallehre des Christentums umstößt die Lehre von der Rechtfertigung eines armen Sünders vor Gott allein um Christi willen durch den Glauben es war ein Irrtum bei welchem offenbar Gesetz und Evangelium aufs schmähligste vermengt und vermischt wurden und noch vermischt werden in der preußischen lutherischen separierten Kirche geht dieser Irrtum noch im Schwange doch kommen wir nun hierin zur zwanzigsten Thesis das Wort Gottes wird sechzehntens nicht recht geteilt wenn man die Seligkeit an die Gemeinschaft mit der sichtbaren rechtgläubigen Kirche bindet und jedem in irgendeinem Glaubensartikel Irrenden die Seligkeit abspricht das scheint ja fast unerklärbar wie nach einer so langen Zeit der Herrschaft des Rationalismus und der größten Religionsgleichgültigkeit jene Männer auf die Lehre kommen konnten dass die sichtbare lutherische Kirche die Kirche kat exorhen sei außer welcher kein Heil zu finden ist aber so unbegreiflich dies auf den ersten Augenblick zu sein scheint so leicht lässt es sich doch erklären auf diesen Irrtum sind sie gekommen durch einen anderen Irrtum jeder Irrtum ist furchtbar die Mutter jenes schrecklichen Irrtums war diese Lehre die Kirche sei eine sichtbare Anstalt welche Christus auf Erden gestiftet habe die Kirche sei nichts anderes als eine Art religiösen Staates in welchem ja freilich nicht Könige und Kaiser und Generäle und Bürgermeister das Amt und die Herrschaft hätten aber Superintendenten Bischöfe Kirchenkollegien Pastoren Diakonen Synoden und dergleichen es war das aber eine gar furchtbare Mutter anderer schrecklicher Irrtumer denn dass das ein Irrtum ist weiß jeder der einigermaßen mit Gottes Wort vertraut ist der Heiland sagt ja auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde und die Pforten der Höllen sollen sie nicht überwältigen dieser Fels ist Christus ein Glied der Kirche ist also nur derjenige der auf Christus erbaut ist er wird aber nicht auf Christus erbaut dadurch dass er sich mechanisch auf die Kirche erbaut sondern dass er seine Zuversicht auf Christus setzt von ihm allein Gerechtigkeit und Seligkeit hofft wer das nicht tut der ist nicht erbaut auf diesen Felsen und ist also kein Glied der Kirche Jesu Christi dann lesen wir in Epheser 2 in den Versen 19 bis 22 so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Haus Genossen erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten da Jesus Christus der Eckstein ist auf welchem der ganze Bau ineinander gefüget wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn auf welchem auch ihr mit erbaut werdet zur einer Behausung Gottes im Geist auf den Grund der Apostel und Propheten ist eben nur der erbaut der sich im festen Glauben an das Wort der Apostel und Propheten hält wer also nicht im lebendigen Glauben steht ist kein Glied der Kirche der Heiland nennt sich ferner einen Bräutiger wer nicht mit Christus vermählt ist im innersten seines Herzens der sage nur nicht dass er ein wahrer Christ sei dass er ein Glied der Kirche sei er ist ein fremder Christus gegenüber die Kirche aber ist seine Christi Braut ferner wird Christus genannt das Haupt der Gemeinde ein Glied der Kirche kann also nur derjenige sein auf welchen aus Christo als dem Haupt Licht Leben Kraft und Gnade fließt wer nicht in dieser geistlichen Verbindung mit Christus steht der hat auch Christus nicht zum Haupt wer sich selbst regiert und nicht von Christus als seinem Haupte regiert wird der gehört nicht zur Kirche der Apostel nennt die Kirche auch Christi Leib da haben auch viele von den treuesten Lutheranern gesagt einen Leib kann man doch sehen also muss die Kirche etwas Sichtbares sein aber das ist schändlich so zu exegisieren das Territum Comparationis der Vergleichspunkt ist nicht die Sichtbarkeit sondern dass die Kirche nicht aus vielen toten Werkzeugen zusammengesetzt ist dass die Kirche ein Organismus von Gliedern ist die von einem Glauben von einem Glaubensleben durchströmt sind gerade damit ist unwidersprechlich bewiesen dass die Kirche nicht etwas Sichtbares sondern etwas Unsichtbares ist nur derjenige ist ein Glied der Kirche der fort und fort den Ausfluss aus dem Haupt Christus erfährt Ferner nennt Christus die Kirche seine Herde also ist niemand ein Glied der Kirche der nicht aus Christi Herde ist der nicht zu Christi Schafen gehört nicht auf seiner Weide geht und nicht auf seine Stimme hört Man sagt Christus vergleicht die Kirche mit einem Acker auf welchem Weizen und Unkraut steht aber man sieht das Gleichnis nicht recht an denn Gott Lob der Heiland hat uns den Schlüssel dazu gegeben er sagt nicht der Acker ist mein Reich sagte er das so wäre es ausgemacht dass die Kirche eine Gemeinschaft von Guten und Bösen ist Aber nein er sagt der Acker ist die Welt Darauf wird auch in der Apologie besonders hingewiesen wenn der Heiland seine Kirche vergleicht mit einem Acker auf welchem Unkraut und Weizen wächst oder mit einem Netze in welchem gute und faule Fische gefangen werden oder mit einer Hochzeit bei welcher sich auch einfinden törichte Jungfrauen oder mit einer Hochzeit bei welcher auch einer nicht mit einem hochzeitlichen Kleide angetan ist so will er eben nicht das Wesen seiner Kirche beschreiben sondern er will sagen wie die Kirche in dieser Welt in Erscheinung tritt welches Los sie auf Erden hat das obwohl sie aus lauter guten Schafen besteht aus lauter Wiedergeborenen sie doch niemals sich darstellt als eine aus lauter wahren Christen bestehende Gemeinde sie kann sich nicht sondern von den Heuchlern es hängen sich immer Heuchler an es drängen sich immer Gottlose ein erst im ewigen Leben wird die Kirche allein und triumphierend dastehen ganz makellos und rein gesondert von denen die es nicht redlich und rechtschaffen meinten die im Grunde nur das ihre suchten während die Heuchler und Scheinkristen Christus mit dem Maul bekennen ist ihr Herz doch weit von ihm sie suchen ihren fleischlichen Lüsten zu dienen aber nicht allein dem Herrn in Lukas 14 26 sagt der Herr so jemand zu mir kommt und hasset nicht seinen Vater Mutter Weib Kinder Brüder Schwestern auch dazu sein eigenes Leben der kann nicht mein Jünger sein damit Geistes vor Gottes Augen allein ist die Kirche sichtbar aber vor der Menschen Augen ist sie unsichtbar jene Irrtum ist in unserer Zeit das Proton Pseudos ja es ist ein ganz erschrecklicher Irrtum denn was tun die jenigen welche diesem Irrtum huldigen sie wollen gute Lutheraner sein im Gegensatz zum Papsttum und doch wechseln sie nur die Waffen einst verteidigten die Papisten jene falsche Lehre jetzt wagen es die Lutheraner ihnen entgegen zu halten nein wir 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 sind die Kirche außer welcher kein Heil ist so können solche einem Papisten zum größten Spott dienen solche übernehmen dann die Rolle welche bis dahin der Papst und seine Rotte gespielt haben daraus folgt entweder dass die Papstkirche die wahre Kirche ist oder dass die Kirche untergegangen war als Luther kam aber die Schrift sagt dass die rechte Kirche nicht untergehen kann sie bleibt bis an den jüngsten Tag aber die Hauptsache ist wer die Seligkeit an die Zugehörigkeit und Gemeinschaft mit der sichtbaren rechtgläubigen Kirche bindet der stößt damit die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben um das kann nicht geleugnet werden die zur Lutherischen Kirche kommen haben schon vorher den rechten Glauben die Meinung dass Luther er dass ich mich so ausdrücke ein Lutheraner war nicht den wahren Glauben gehabt habe ist ein gefährlicher Irrtum so hoch wir unsere Kirche halten so sei doch ein so schändlicher Fanatismus fern von uns dass unsere lutherische Kirche die allein seligmachende sei die wahre Kirche geht über den ganzen Erdkreis die findet sich in allen Sekten die Kirche ist nicht ein äußerlicher Organismus der seine besondere Einrichtung hätte in die man sich fügen müsste dann sei man ein Glied der Kirche wer an Christus Jesus glaubt und ein Glied an seinem geistlichen Leib ist der ist ein Glied der Kirche die Kirche kann auch nicht wieder zerrissen werden sie bleibt einig wenn sie auch durch Ort und Zeit getrennt ist aber spricht man redet die Schrift nicht von äußerlichen Kirchen Gemeinschaften aber Luther hat Ekklesia mit Gemeinde übersetzt nur deswegen dass man nicht meinen sollte der Papst sei die Kirche Gemeinde das ist auch ganz richtig ja sagt man die römische Gemeinde wird Kirche genannt die korinthische sogar die galatische die philippensische die thessalonichensische und alle die Gemeinden in Kleinasien an die der Herr einen Sendebrief ergehen ließ durch Johannes All all diese werden Kirchen genannt die waren aber sichtbar also sieht man dass die Kirche sichtbar ist aber das folgt gar nichts daraus denn wo die Schrift absolut von der Kirche redet da redet sie immer von ihr als einer unsichtbaren Gemeinschaft aber dann gibt sie auch solchen Gemeinschaften diesen Namen in denen die unsichtbare Kirche ganz besonders verborgen ist wie man einen Haufen einen Weizenhaufen nennt wie wohl man da auch viel Gras und Stroh findet ein Glas Wein mit Wasser vermischt nennt man ein Glas Wein a pot teure parte so auch hier weil die unsichtbare Kirche darunter steckt weil es einen himmlischen Samen darunter gibt wird die Gemeinschaft Kirche genannt die falschen Christen die Heuchler tragen auch den Namen Gemeindemitglieder sind es aber nicht wir geben ihnen aber der Liebe nach auch den Titel weil sie doch den Namen Jesu bekennen und der Liebe nach setzen wir voraus dass ein solcher auch glaubt was er bekennt ins Herz können wir ihm nicht sehen das überlassen wir Gott wir wollen nicht über ihn richten außer wenn es offenbar wird das ist ein Gottloser dann hört es auf dann tun wir ihn hinaus dann nennen wir ihn einen Heiden und Zöllner in Jesaja und 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 ist das ist schon Wahrheit genug durch welche ein Mensch zur seligmachenden Erkenntnis kommen kann wer das leugnet der muss auch leugnen dass in manchen lutherischen Gemeinschaften Christen sind denn da kommen auch Irrtümer vor einige Kinder Gottes befinden sich aber immer da Gottes Wort ist da und Gottes Wort ist fruchtbar indem es immer einige Seelen zu Gott bekehrt wer nun jene falsche Lehre von der Kirche hat der vermischt aufs gräuligste Gesetz und Evangelium das Evangelium sagt glaube an den Herrn Jesus Christus das Gesetz hingegen stellt allerlei Forderungen sobald nun einer neben dem Glauben noch eine Forderung bringt als nötig zur Seligkeit so vermischt er Gesetz und Evangelium ich halte mich deswegen nur zur Lutherischen Kirche weil ich mich zur Wahrheit halten will wenn ich erkenne diese Kirche zu welcher ich gehöre hat Irrtümer so muss ich diese Gemeinschaft verlassen um nicht mit Irrtümern befleckt zu werden um mich nicht fremder Sünden teilhaftig zu machen und um mich dann zur lauteren und reinen Wahrheit bekennen denn Christus sagt wer mich bekennet vor den Menschen den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater wer mich aber verleugnet vor den Menschen den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater Paulus sagt ferner ausdrücklich zu Timotheus schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner der ich sein gebundener bin daraus folgt dass man in allen Sekten selig werden kann dass in allen Sekten Kinder Gottes sind folgt keineswegs dass man in allen Sekten bleiben kann viele begreifen das nicht sie meinen das sei ein ganz unionistischer Grundsatz wenn man sage in allen Sekten könne man selig werden nein weil ich eben durch den Glauben soll selig werden darum können auch in allen Sekten einige selig werden wie schwer es Luther geworden ist gerade wegen der falschen Lehre von der Kirche zu der rechten Erkenntnis durchzudringen sehen wir aus seiner Vorrede zu seinen vorher editierten Sätze wieder den Ablass er schreibt da selbst was und auf welche Weise mein Herz dasselbe erste und andere Jahr erlitten und ausgestanden habe und in Vaserlei Demut die nicht falscher noch erdichteter sondern rechter Art war wollte schier sagen Verzweiflung ich da schwebte ach da wissen die sicheren Geister wenig von die Herrnacht des Papstes Majestät mit großem Stolz und Vermessenheit angegriffen wie wohl sie mit aller ihrer Kunst nicht vermocht hätten dem Papst ein einig Herrlein zu krümmen wo Christus durch mich sein schwach und unwürdig Werkzeug nicht bereit ihm eine tiefe unüberwindliche Wunde gehauen hätte gleichwohl trugen sie den Ruhm und Ehre davon als wären sie die Leute die es getan hätten welche Ehre ich ihnen gerne vergönnte ich aber weil sie mir zuschauten und allein in der Gefahr ließen stecken war nicht so fröhlich getrost und der Sache so gewiss denn ich wusste viel nicht welches ich Gottlob nun weiß ja ich verstand nicht was das Ablass war wie auch alle Papisten auf einen Haufen gar nichts davon wussten welches allein ums Brauchs und Gewohnheit willen wird hoch gehalten daher ich auch davon disputiert nicht der Meinung als wollte ich ihn verwerfen sondern weil ich allerdings nicht wusste was seine Kraft wäre hätte ich es gerne von anderen erlernet und weil mich die toten und stummen Meister das ist der Theologen und Juristen Bücher nicht genugsam unterrichten konnten begehrte ich bei den lebendigen Rat zu suchen und die Kirche Gottes selbst zu hören auf das wo etwa fromme Leute vorhanden wären durch den Heiligen Geist erleuchtet sich über mich erbarmeten und nicht allein mir sondern gemeiner Christenheit zu gut Rechten gewissen Bericht vom Ablass täten da funden sich viel frommer Männer die groß Gefallen an meinen Propositionen hatten und viel davon hielten aber es war mir unmöglich dass ich dieselben für Gliedmaß der Kirche mit dem Heiligen Geist begabt hätte können ansehen und erkennen können sei allein auf den Papst Kardinäle Bischöfe Theologen Juristen Mönche Pfaffen daher wartete ich des Geistes denn ich hatte ihre Lehre so begierig in mich dass ich so rede gefressen und gesoffen dass ich gar nicht davon war und fühlte ob ich schlief oder wachte das ist auch die Lehre durch welche die Papisten bis auf den heutigen Tag die Leute bei sich zu erhalten suchen sie sagen du weißt wir sind die wahre Kirche mag nun die Kirche lehren was sie wolle willst du ein rechter jünger Christi sein so musst du die Kirche hören mag der Papst erklären er sei infalliebe oder mag er lehren dass Maria ohne Sünden empfangen sei oder man solle die Heiligen anbeten das musst du annehmen da darfst du nicht deine Vernunft fragen die wahre Kirche hat das aufgestellt und die kann nicht irren gehst du von von römisch katholischen Kirche ab so gehst du von der wahren Kirche ab das ist der furchtbare Köder mit dem sie die Leute zu halten suchen und da ich alle Argumente die mir im Wege lagen durch die Schrift von mir verleget überwunden hatte hatte ich letztendlich dies einige nämlich dass man die Kirche hören sollte mit großer Angst Mühe und Arbeit durch Christi Gnade kaum überwunden Luther hatte schon fast alle papistischen Lehren in ihrer Unbegründetheit erkannt aber in diesem Stück fehlte es ihm anfangs noch und so lange konnte er der Wahrheit nicht recht fröhlich und gewiss werden die Papisten haben sich aber eingebrockt was sie nachher haben müssen ausessen Gottes Stunde war gekommen dass der Antichrist sollte offenbar werden denn ich hielt mit viel größerem Ernst und rechter Ehrerbietung und tats von Herzen des Papstes Kirche für die rechte Kirche denn diese schändlichen lästerlichen Verkehrer die jetzt des Papstes Kirche wieder mich rühmen wenn ich den Papst verachtet hätte wie ihn jetzt verachten die ihn doch mit Worten sehr loben hätte ich mich besorget die Erde würde dieselbe Stunde sich aufgetan haben und mich lebendig verschlungen wie Korah und seine Rotte helfe Gott dass sie sich nun nicht in die falsche Lehre von der Kirche hineinziehen lassen dass nämlich die lutherische Kirche die wahre sichtbare Kirche Jesu Christi allein sei in dem Sinne dass man nur darin selig werden könne freilich ist sie die wahre sichtbare Kirche aber nur in dem Sinn dass sie die reine lautere Wahrheit hat sobald sie aber jenes hinzusetzen so nehmen sie die Lehre von der Rechtfertigung aus Gnaden durch den Glauben an Jesus Christus weg und vermischen Gesetz und Evangelium davor bewahre sie Gott um ihrer eigenen Seele willen und auch um der Seelen willen die ihnen einst anvertraut wäre anvertraut jahre 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 Vielen Dank.